jo leute na wie geht es euch denn hier willkommen wieder zu einer neuen ausgabe vom stream und zwar heute spielen wir wieder amination the quest for cards und ja wir sind jetzt hier ja ich muss noch die alertbox ein bisschen fixen ja weil alertboxen müssen da wenn ich da raide kriege oder followers kriege entweder so raids frost und so habe ich erstmal was neues alertbox gezeigt und so aber hauptsache geht es euch alle gut hier und bemoin an ritter 97 und dann ritter 97 dass er auch schon dabei ist willkommen ja ihr habt gerade eben noch in der chatbox noch nicht gesehen hier aber da hat sich jetzt der 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 chatbox noch ganz gut klarkommen jetzt gibt es den folgenden regeln wenn ihr bot seid dann schreibt ihr bot oder nicht bot weil ich hab dickes problem wenn ich jetzt von von follower bots oder zuschauer bots angegriffen wird dann werde ich mit so eine bannen also habt ihr es verstanden super also es geht darum wegen follower bots und dem zuschauer bots dass ich nur nehme wenn die echte zuschauer sind seid ihr echte zuschauer schreibt ihr eins wenn ihr nicht richtige zuschauer seid schreibt ihr zwei okay so ist folgende regel bei mir jetzt ab sofort gilt es jetzt für alle wenn alle in chat ist schreibt bitte einmal einen kleinen nachricht auf eure bot seid oder nicht ansonsten werde ich bannen okay gut also was machen wir denn heute ihr habt eigentlich gedacht dass ich heute freitag streame ich probiere mal heute am mittwoch donnerstag und freitag gegen 20 uhr oder so heute so eine art mimi stream es ist gerade noch ein bisschen hintergrund hier dass der green screen hier da habe ich so eine art spezialprogramm dazu gefügt aber ihr wisst schon alles wie die e funktionieren okay so der chatbot ist auch aktiv ist auch aktiv jetzt stream elements ist auch aktiv stream elements habe ich jetzt auch drin wir haben nicht mal ins game gallery sondern durch spät ist es ab donnerstag oder freitag oder so ich weiß es auch wir spielen heute wieder mal nation for town depression for the cards und ich hole wieder meinen lautstärk mixer weil sie zu laut oder viel zu leise ist schreibt mir einfach irgendwas im chat okay ja wenn ihr mich geld spendet dann geht ihr auf diesen tipp in unter dem stream ist dann könnt ihr mich spenden und so gucken auch die alert box und so funktioniert ihr könnt mich für einen freien vertrag spenden nur wenn ihr macht es nur freiwillig okay aber ist es schon okay will man mal ein bisschen was für meine ganzen setups neu machen und zwar werde ich mir ne ich weiß nicht die kamera die sind echt zum quatzen heute so sieht die kamera so aus ja es ist kein richtiges screen screen ich benutze so ein programm der heißt cbix baucam das heißt so diese programm und der müsste hier oben sein hier wo ich meine hand ist das ist dieser programm hier ja nur wasser zeichnet da habe ich ein green screen dran gemacht ja 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 moment ich muss mal ganz kurz ups falsch da ist der richtige das wollen wir wechseln so jetzt gucken wir mal perfekt ich habe jetzt neues alert box geändert ja mit dem folgenden lied hier den ich jetzt ausgesucht habe habe ich noch hier und jetzt schauen wir mal was heute wird ich noch heute wieder verkacke in dem spiel oder nicht ansonsten ist sehr klar jetzt was heute ankommt und so aber ist schon okay oh mein gott ey jetzt muss ich noch ein bisschen kleines reden und dann geht es gleich los ja heute mal kleines nur heute ein mini stream format heute und dann werde ich morgen gucken wie ich das morgen mache weil morgen werde ich früher streamen gegen 14 Uhr oder so ähm ich weiß jetzt nicht wie das heute aussieht aber morgen wird eh um 18 Uhr oder 15 Uhr 16 Uhr streamen und so aber es ist so halt bei mir ich habe noch kein offizieller streamplan aber ist doch schon okay jetzt ähm ich weiß nicht ob da noch ein multiplayer modus bei diesem spiel ist ähm ja ja aber ja ihr dürfte keine links reinschicken sondern wird der nightboard auf 600 sekunden timeout geben weil ich muss meinen regen verschärfen weil es gibt oft links die sind sehr scheiße geworden ist jetzt machen wir bevor wir anfangen müssen wir erstmal ganz kurz in die nightboard nightboard hier und ja so sieht es aus bei mir jetzt ähm das fenster offen oder was ja perfekt das sieht schon mal perfekt aus oh mein gott hier ist jetzt ja auch viel aus ach so jetzt, gab es schon mal timeouts äh wo gibt es dieses ah ja ihr kommt bei neuen custom mein neuer custom machen zum Beispiel ich gebe mal ein mist dann kommt so was raus so ein Mist. Oder wenn ihr Mario eingibt, dann passiert das. Mamma mia. Ja, so könnt ihr es eingeben. Es ist nur aktuell. Aktuell sind es sechs. Ihr könnt eure Vorschläge und zum Command sagen. Es ist auch für alle da. Ansonsten seid ihr alle herzlich willkommen. So, genug gelabert. Jetzt kann wir loslegen. Als nächstes, muss ich gucken, ob die Lautstärke so geht oder nicht. Wenn ihr mit der Lautstärke noch nicht zufrieden seid, sagt mir einfach Bescheid und ich leere es nochmal. Ähm, yep. Aber bei diesen ganzen, bei diesen ganzen, bei diesen ganzen Dingenskirche sind immer so. Jetzt muss ich noch das Spiel starten, wenn ich das jetzt sehe. Na ja. Moment. Start noch. Yes. Geht das? Ja, das hatte ich schon mal gehört. Ähm, falls ihr Vorschläge zum neuen Command wollt, schreibt es einfach in die Chat. Dann kann ich einen neuen Command zufügen und so. Ey mein Gott ey, das ist echt zum Kotzen echt jetzt. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Locken. Locken. Yep. Warte, es geht gleich los. Es geht gleich los. Ich muss mal kurz. Ich muss mal kurz alles in locken. Locken. Perfekt. So. Ah, jetzt passt. Falls ihr zu leise seid, lass mich einfach wissen. Okay? So. So. Hm. So. Ich weiß nicht noch, dass es noch einen Online-Modus gibt. Auf diesen. Wie funktioniert die ganze Shit jetzt? Ich krieg nur ein Pups. Ich krieg nur ein Pups. Ich krieg nur ein Pups. So ein Mist. So ein Mist. Oha. Ballon und abholen. Oha. Ich krieg auch ein Pups. Nice. So. Jetzt abholen. Mach ich. So. Ich kriege. Ich krieg auch ein Pups. Warum ist das auf 27,99? Es geht leider darum wegen den Lags und so. Aber das wird dann eh. Alles klar kommen. Warte kurz. Ich muss mal ganz kurz den. Chat einblenden. Ein Moment. Yes. Ein Moment. Ganz kurz. jetzt darf ich nichts ändern jetzt so jetzt passt es jetzt kommt nochmal in diesem spiel geht es so ihr bekommt anfang karten ihr müsst dafür einen charakter auswählen mal sehen was ich jetzt sollte kriegen jetzt muss ich noch zum arena gehen weil ich schon genug punch habe wir können zu karten spielen und dann sieht es so aus so sieht es aus und zu dieser spiel sehr gut hier wenn ihr schaden bekommt bekommt im sonnen ein sandwich jetzt kommt das hier ihr könnt auch karten fusionieren dann sieht es so aus pass auf jetzt kommt was so sieht es perfekt aus hier das spiel ist kostenlos auf steam könnte es runterladen und jetzt könnt selber testen ihr müsst einfach nur eingeben dieses spiel was ich jetzt eingeblendet habe und dann so und dann so hier gibt es noch dieses hier gibt es noch dieses ganze spielchen jetzt es gibt so manchen spiel wenn ihr karten bekommt am anfang könnt ihr ruhig etwas upgraden karten upgraden geht so ihr müsst einfach bei dem bei dem typ ansprechen und dann gibt er euch die karten wo ich ansonsten das ist eh klar wie es bei euch ist hier gibt es auch diese seltenen seltenen sind sehr selten die sind sehr sehr gut wenn ihr das upgrade und dann habt ihr sowas hier das war nicht so gut das war nicht so gut das war nicht so gut bürger könnt ihr auch es jedes mal könnt ihr auch so viele spiele spielen wenn ihr spiele vorschläge habt dass auf steam kommt habe ich noch eine ganze stapel von listen den ihr gern auch in dem 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 account zu gucken ich zeige euch noch mal noch mal okay was ich meinte aber ich meine nur wegen dem ganzen spieler und so ist schon auch okay so macht bei denen noch weiter oha 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 er ist schon tot oha digger weiter geht's den nächsten ihr könnt karten auswählen ihr könnt auf euren deck gehen oder ihr könnt deck kaufen aber ihr braucht richtig geld richtige geld aber sonst ist eh klar und so das ist immer das klarkommt hier warum jetzt das spiel sehr gut ankommt so es gibt auch noch dieses epische die epische sind blau und das ist ein objekt macht und wenn ihr das macht dann habt ihr so hinter diesem ding ein klein ding ins kirche hier zeigt an was eigentlich machen wollte aber ihr wisst schon eh alle bescheid ihr könnt das spiel selber spielen ist bei kostenlos im 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 was war es nochmal im steam so reif war das spiel und dann ist alles okay aber das spiel ist super kann ich noch sagen hehehe bin gut weiß nicht ob man da noch ähm ob man noch ähm Multiplayer spielt ich hab genug karten um das zu machen hehehe hehehe oh god ich dachte immer auf euren chat wenn ihr euch antwortet aber ist ok aber ich muss auch auf das auf das ding konzentrieren jetzt das ist schon ok jetzt aha er hat viele steine ja moin ouch 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 son of us ah ja das kann man machen ich gebe die baby die baby form hehehehe ouch 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 das war aber nicht so gut so dann gibt's nochmal die mars universität mars universität hehehehe hehehehe alter uha ein lehm noch ich glaub den krieg ich noch fertig da gibt's noch dieses die graue das ist nur fast sinnvolle da gibt's noch dieses hier und schon gewonnen hier das spiel ist super nicht wahr das sieht aber gut aus heute mehr geld und jetzt hoffentlich dass wir jetzt gut wieder kommen wir nehmen mal als erstes das hier die vollschule steve oh ich muss jetzt kurz was trinken 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 ist sehr gesund leute jetzt gibt's auch noch diese zuzugskarte da wisst ihr schon bescheid ey das ist echt super geworden neun scharen insgesamt hier gibt's noch mal das hier gibt's noch mal das seltene sind sehr gute hier uha macht aber richtig schade ja so eine art kleinen stream heute heute stream ich nur bis eine stunde hoffentlich dass jetzt alles gut geht wenn ihr spaß macht bei den streamen lasst gerne vora da und abonniert unseren youtube kanal der peter der killer da kommt auch noch im stream upload also den upload für twitch also von hier vom stream auch auf youtube gezeigt ja und das machen wir das auch ach scheiße warte mal kurz ich mach dann nach den runden hier muss dann nachher kurz was einstellen jetzt ähm einen kleinen moment noch ok aber wir machen das erstmal schnell die runde fertig und dann geht's dann gleich weiter au das war aber das war aber richtig sehr knapp du kannst jeden command nutzen was du willst aber du bist der der mod und machst alles was du willst aber was du bist du bleibst immer das coolste von allem hey gibt's doch nicht hier jetzt nochmal das jetzt kommt alles auf einmal und bam noch acht stück noch acht mal au das sah aber blöd aus ja noch nope sieht nicht gut aus he 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 yep ja sieht aber super super aus jetzt guck mal an jetzt noch fünf jetzt noch zwei und jetzt noch eins ja oh oh yeah ach mein so jetzt gehen wir raus ich wollte was machen ich muss gar nicht alle Bonus abholen wieder so viel halt schon wieder wie viel kommt noch jetzt reicht's ähm refresh aktualisieren wer macht das jetzt bei Spielarbeiter wir können jetzt Karten kaufen nach komm ich zu mal ganz kurz ins Menü einen Moment ich könnte kurz lecken also einen Moment kurz weil ich muss mal ganz kurz gucken was oh nein ah komm aufzulecken aufzulecken ok jetzt muss mal ganz kurz es geht gleich weiter es geht gleich weiter Leute ok jetzt muss mal kurz live nein nein jetzt muss mal so live subcounter subcounter Twitch nein das war's nicht nein da wollte ich hin warte kurz es geht gleich weiter Leute es geht gleich weiter Leute Moment jetzt muss ich mal ganz kurz den Browser öffnen dann dann noch diesen URL einprüfen mit dann unseren neuen unseren subscribe counter weil wir jetzt schon über 40 Abos haben so dann müssen wir jetzt noch den subscribe counter hinstellen wo hin wo hin brauchen wir noch einen einen counter für Twitch jetzt brauchen wir noch eins für Twitch deshalb müssen wir oh nein 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 oh ne oh ne scheißdrück aber auch jetzt müssen wir noch standard counters twitch followers Twitch followers es geht gleich weiter Leute es dauert noch ein bisschen einen Moment kurz da ach komm mal bitte nicht lag'n bitte nicht lag'n perfekt ich muss mal gucken ob das funktioniert jetzt lesen spark raus öffnen nochmal die url einfügen bei den null followers ey das ist ein bisschen komisch jetzt jetzt müsste eigentlich da aktualisieren erstmal das ganze ich weiß ja auch nicht was da los ist jetzt aber jetzt hoffentlich ups da müssen wir noch unseren Shirt wieder aktivieren etwas netzlos eigentlich habe ich diesen subcounter wieder herrlich gefixt scheiß jetzt brauchen wir noch ein bisschen arena und dann yeah wir könnten den ganzen maximieren machen wir jetzt kurz schnell alles mach jetzt kurz schnell alles mach jetzt kurz schnell alles mal 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 weil wir haben jetzt auf youtube 40 abos erreicht so jetzt gucken wir mal jetzt können wir weitermachen nehmen wir mal an dass ich das hier brauchen kann jetzt gibt es das hier yo also das war krass ups das war nicht so gut ach Mist jo machen wir weiter hoffentlich dass jetzt alles gut auffällt ok passt das passt gemma sind klar ganz super gemma sind immer gut gemma sind immer sehr gut geworden ich weiß nicht was da los ist jetzt ich weiß ich euch da noch die Song Request machen wegen diesen homilide rechten linie ich muss das mal die nächst losführen ja ich glaube morgen oder so im stream morgen Zeit habt könnt ihr ruhig sagen und ja hoffentlich wünschen wir denen viel glück die sexy katze ach mein gott ey das kann doch nicht sein dankeschön und ihr staff geht es da bekommt ihr das nächste battle ich habe jetzt auch den follower und den leistens ich habe jetzt auch noch mal die kanäle und ja dann wollen wir mal let's go so ob es jetzt das nächstes nope nope könnt den nehmen den ist eigentlich sehr gut aber bürger bringen ein leben wenn ihr diesen symbol dann heißt dass es auf verstärkt klingt ich glaube mit mehrm bürger und so aber nach bis bis ich es noch nicht ich weite wie lange wir heute streamen aber bis wahrscheinlich bis bis bei 22 oder so ich versuche mal heute ein bisschen länger zu streamen aber sonst ist es eher nicht so okay bei euch hoffentlich geht es euch gut ähm das spiel ist kosmos auf steam wenn ihr das runterladet ich weiß nicht ob das noch einen online modus gibt fragezeichen ich weiß jetzt wirklich gar nichts weil ich weiß jetzt wirklich nicht auch da noch dieses dieses wie heißt es nochmal hier ne ich sag es irgendwann nächstes mal nochmal aber oh oh ich krieg heute nicht ich er ist schon tot sag jetzt einfach mal so ist tot perfekt es ist nicht so schlimm wenn es ein bisschen so geht komm nächste battle battle 18 oder so okay nimm mal das nehm mal das ach du schein leister der pecken Wasser geht es nicht so schlimm der Wasser ist alles okay wir spielen heute ein bisschen mit der arena modus und dann morgen geht es dann weiter mit der adventure mod wenn ihr morgens nichts erpassen wollt ähm streamen wir auch noch ein bisschen wenig oder für viel ich weiß nicht wie viel Zeit das ist aber Zeit auch noch für die Videos zu schneiden weil ich werde die Videos schneiden für die für die ähm für die ähm für die ähm für Upload Videos was ja auf den auf meinen auf meinen Hauptkanal kommt ich werde es nicht auf meinen vierte Kanal machen weil der vierte Kanal keinen Lizenz Akzent hat leider dafür aber ist auch okay okay machen wir weiter mit diesen ja aber das ist doch okay Aua ist aber ein bisschen weh getan es gibt auch noch diese Vorschuss Steve es gibt so ne Zeichen aber aber naja ist ja schon okay Kacke bedeutet dass ihr mehr Angriffskraft bekommt mehr Angriffskraft aber ist klar Mh ach dem Aua das war aber scheiß jetzt er das aber Müsse so machen wir das nochmal lecker immer diese ganzen bürgers bürgers sind immer super aber da war scheiße jetzt können wir mit geld reinwerfen geld einwerfen gut das argument das ganze ja okay dann muss ich noch überlegen wie das mache das ist ein bisschen scheiße das ist nicht so gut nehmen wir mal den nächsten ja Jetzt gibt es einfach richtig viel Angriff. Alter. Wer alle neu seid, herzlich willkommen. Und ja, hoffentlich, dass es jetzt klappt. Ach, dammit. Das wird nicht so gut sein. Hoffentlich, dass es klappt. Ich weiß nicht, was da mit dem Spiel los ist. Ich werde jetzt so lange durchhalten heute. Mit dem Stream. Oh, oh, das ist nicht gut aus. Oh, shit. Oh, oh, das ist nicht gut. Oh, come on. Oh, war noch knapp. Alter, das war noch knapp. Knapper geht es nicht. Oh, das war so knapp. Alter, ist das heute... Ist das heute echt... Ah, der Kampf. Okay, raus. Und wir gehen jetzt mal kaufen. Oh, yeah. Wir haben Steve freigeschaltet. Oh, yeah. Oh, my God. Oh, my God. Ein Win machen wir noch. 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 Und dann können wir uns Packs kaufen. Kartenpacks. Ach, damn it. Aber wir haben noch diese Vorschul, Steve. Yay. Oh, no. Oh, no. Es kommt jetzt noch. Hau, ah, das war scheiße. Mein Gott. Mein Gott, das ist echt ein Scheiß. Jetzt. Das ist nicht so gut. Oh, wir haben noch diesen Angry Manager. Äh, Angry Manager Class. Oh, yep. Öffentlich bleiben wir noch. Oh, oh, oh. Oh, shit. Das hätte nicht so gut aussehen hier. Aber ich krieg die noch hin. Autsch. Oh, no. Oh, nein. Mein schöner, mein schöner Dingsbums ist weg. Oh, man. Was muss ich das jetzt nehmen? Au. Das ist blöd. Aber zum Glück haben wir das jetzt noch. Scheiße. Scheiße. Seht nicht so gut aus. Scheiße. Scheiße. Echt jetzt, wir haben verloren wegen diesem. Ja, wo brauchen wir jetzt wieder was? So. Weil wir noch genug Geld haben, können wir in die Shop gehen. Yay. Ja, wir haben noch sehr viel zu machen. Und ja, wir können mit den... schaden. Na, das war ganz neulich kaum schaden. Ey, das ist so kurz, Leute, jetzt. Ohne Scheiße jetzt. Wir können jetzt das hier holen. Oh, ein paar seltene. Wir können jetzt... Wir können jetzt... Wir können jetzt Wegelsteine alles machen. Okay. Wir können jetzt... Wir können jetzt... Wir können jetzt... Wir können jetzt... Wir können jetzt gleich sein. Ja, das ist perfekt. Schauen wir mal, was wir noch für andere Spiele haben. Wir können jetzt... Wir können jetzt... Wir können jetzt... Was gibt's denn noch? Ähm. Ah, ja. Counter-Strike. Das weiß ich heute noch so gut. Nee. Ihr werdet es dafür wissen. Oah. Ja, okay, alles gut, wir machen jetzt kurz eine Pinkelpause und dann sehen wir uns dann gleich wieder zu der nächsten Halbzeit, okay, wollen wir, nein, wir gehen jetzt in den rein und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Geht schnell! Boah! So, jetzt können wir besser machen! Boah! Alter, es geht aber schnell runter! Okay! Boah! Hm. Wart kurz! 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 ok ich glaube ja ansonsten war es jetzt für heute jetzt gucke ich meine ich denn heute auf jeden fall werde ich jetzt sagen so gut so jetzt muss ich mal ganz kurz schnell in dem moment da ist auch noch ein bisschen und jetzt können wir jetzt reden erst wenn der stream aus ist gar nicht anfangen mit dem raid aktion durch auch mein gott müsste wahrscheinlich klappen wir müssen wahrscheinlich den stream klappen ansonsten ist sehr klar ja ansonsten vielen dank fürs zuschauen hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder zum neuen stream vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal jajaja Bis zum nächsten Mal.